Guten Morgen, ich bin ihr Taxi. Schönen guten Tag. Warum denn? So macht man das hier in deiner Gegend, oder? Grüß dich. So, wir fangen das Ding hier an. Wir werden uns erst mal prügeln, dann hat irgendeiner von uns ein blaues Auge, das wirst du wahrscheinlich sein und keine Zähne mehr. Guck mal, der größte Fan ist da. Wir dürfen nicht nach oben filmen, aber der größte Fan ist da. Hey! Mein Sohn ist der größte Fan von Konrad seit ein paar Tagen. Ist eigentlich andersrum. Ich bin der, ich bin. Man hört es, glaube ich. Wer ist das? Wir fahren jetzt, glaube ich, nach Prag, oder? Ja, wir fahren jetzt nach Prag, dann gehen wir zum Training, dann haben wir noch ein Interview, dann gehen wir vielleicht noch in die Stadt und dann gehen wir zu der Veranstaltung von Octagon. Da kämpfen wir ein paar Jungs, die wir kennen. Wird, glaube ich, eine geile Fightcard, oder? Auch das Ein-Millionen-Turnier. Ah, Gamechanger. Nice, nice. Let's go, oder? Let's go. Wer fährt? Wollt ihr fahren, oder? Wir losen. Nee, ich fahre. Wir können uns abwechseln, wenn du willst. Ich habe hier ein bisschen Kreatin. Guck mal, hier hat von ESN Kreatin dabei. Wirklich. Und ihr Aß. Es freut mich von ESN, das ist das, was du mir gegeben hast. Denk dran, mit dem Code Conny spart ihr natürlich. Mindestens zehn Prozent. Das war mal ein Bahnhof hier, ne? Das war ein Bahnhof? Ja. Oh, cool gemacht. Hier ist überall dort ein Gym. Wäre geil. Boah, ich wollte genau das. Digger. Überall, wo es geile Dinger sind. Ich wirklich überall, wenn ich irgendwo bei jemanden sehe, so eine Garage. Oh, das wäre ein geiles Gym. Ey, wer ist denn hier? Der muss zu uns. Wir haben das Problem. Oh, das ist ein Experiment. Nein, das ist ein Zaubertrick. Guck mal, das ist ein Zaubertrick. Ich habe das übrigens mit Code Conny gekauft. Kannst du wieder zurücknehmen? Danke, ich will das beschreiben. Wir stehen einfach mal im Stau. Nur noch elf Minuten und dann geht es weiter. Mein Germain nur wenig. Ach so. Ich denke schon mal, oder? Polizei. Deutsche Polizei. Deutsche Polizei. Horschimanski. Du sagst es? Nein, ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Ja? Das ist sehr sexy. Erstmal auf Deutsch, bitte. Mein Englisch ist sehr, sehr schlecht. Also wir hatten gerade hier ein bisschen Probleme gehabt, aber gerade so noch davon gekommen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. War das mal? Wo? Ja? Das ist ja, das ist ja! Das ist ein frisches Gym. Zu klein, aber fein. Alles klar. Mattenfläche, Käfig, mehr brauchst du nicht. Ja? Alles klar. Ja? 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 Die municipal DK Farmsger. Kom her! bewusst. Christoph, werdet ihr arbeiten? Ja? Wir sind gut ammet. Wir sind gut am 30. Wir machen molest. Ich weiß nicht, Vuhan. Schatten wir die besten um. Wir sind genau, aber wir sind gut im Ja, gut. Ja, das ist krass. Das ist verrückt. Let's go! Das war ein sehr starker Leger. Also spannend. Hat Spaß gemacht. 1-3-1. Weil Christian Jungwirth auf OnlyFans. Was hast du geklaut? Mit dem Konny hat er ein schlimmstes Seen gebracht. Genau. Über den maximalen Rabatt ist das. Das ist so geil jetzt das Getränk. Wir hatten ein cooles Sparring mit Christian. Der ist auch Octagon Fighter. Genauso wie ich. Und wir hatten heute noch einen Special Fighter sozusagen. UFC Fighter. Jetzt habe ich mich noch ein bisschen ausgeboxt. An dem Pad mit meinem Boxcoach da wo. Dann noch einen Cooldown gemacht. Auf dem Airbike. Wir gehen jetzt ins Essen. Wir essen jetzt was. Ich esse mir vorher meine Banane natürlich wie immer. Wir gehen nochmal vielleicht durch die Stadt. Und danach geht es ja auch schon zu der Veranstaltung. Aber bis jetzt war cool. Hat Spaß gemacht. Man sieht es an meiner Nase. Hey Kamerad. Wie war's? Ja war gut. Was hast du gemacht? Was haben wir gemacht? Ich habe eine Banane gegessen. Boah. Deswegen ist dein Gesicht so groß. Ich bin stolper. Kennt ihr davon noch? Das war mein Ex-Freund. Das war richtig eklig. Was schön. Ja. Das richtige Bauernhände. Ich habe richtige Bauarbeiterdinger. Ja. Kommt er da drauf. Du hast zwei Mädchenhände. Da geht es. Ja. 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 Die denken sich auch gerade unterhalten. Wir sind hier. Viel Spaß deemed. Viel Spaß euch ja. Danke. Tschau. Na wo? Na los. Na los, komm. Na, was warst du denn so? Ey, aber solche Kopfkissen sind dann geil, ne? Ja. Gab sie nicht hier auch Not? Oh, da gibt's noch welche. Wer nicht folgt, das ist ein Wupp. Alter, das war die nicht mehr dran. Ich sag mal, die muss arbeiten. Oh, geil. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, ne? Hast du gespagert heute noch? Ja, ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Marc, auch ein Trainingskollege von mir vom OFD Gym, der kämpft heute. Ich fühle mich sehr gut. Alles andere, Schicksal. Der ist halt ein bisschen größer, ne? Aber du bist dafür, sag ich mal, kompakter. Ja, ich hab hier eigentlich immer längere. Reichweite tut sich aber, glaub ich, nicht viel. Also Reichweite haben wir, glaub ich, gleich. Du bist sehr erkehrt. Denk dran, du hast viel Zeit. Du hast viel Zeit. Ja, ja, Mann. Wir haben Condi. Wie viele Runden hier machen wollen wir zum Gym, du weißt? Deswegen. Na, ciao. Ni Intern. Bu complaints nicht. Denk dran. Wir finden jetzt, eineQUÄ Linz. Mark hat jetzt gerade noch gekämpft, hat gewonnen, er hat stark gekämpft. Jetzt sind wir hier, kriegen noch mal ein bisschen was zu essen im VIP-Bereich. Danach schauen wir uns natürlich die restlichen Kämpfe an, ich freue mich schon auf die nächsten Zeit. Let's go! 17.06, machen wir eine Ansage, wie wird der Kampf ablaufen? Hauptsache ich gewinne, ich sage das immer wieder, es wäre egal wie ich gewinne, Hauptsache ich gewinne. Ich will hier nicht große Schnauze haben und sagen K.O., erste Runde, erste Sekunde, was weiß ich Leute. Ich werde immer noch gewinnen. Ich habe jetzt schon 18 Kämpfe. Irgendwann ist man da, ich hoffe mal reif geworden. Ich will einfach nur gewinnen, egal wie. Ich bin auch echt gestattet auf die Strike. Ich werde natürlich vor Ort sein und anfeuern. Ich hoffe es. Ich habe ein knaller Schauer erlebt, man. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ich werde nicht so eine wirkliche Sprache nehmen, weil ich das gerade nehm. Ja, das ist ja wirklich gut. Aber es ist ja okay, man muss sagen. Ja, dann reden wir Deutsch. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. So meine lieben Freunde, wir sind für heute durch, es war wirklich ein sehr, sehr langer Tag, wir hatten ein gutes Training, ein Sparring gehabt mit Christian Jungwirth, dann hatten wir einen Top-UFC-Fighter auch noch an der Hand, ein sehr, sehr starker Mann. Die Veranstaltung hier war von Octagon, es waren geile Fights, ich bin auch froh, dass mein Teamkollege Mark gewonnen hat, Ducis, hat er sehr stark gemacht. Wir fahren jetzt nach Hause, wir sind völlig fertig. Schaltet ein, immer zu den neuen Videos, abonniert nicht vergessen, genau, abonniert meinen YouTube-Kanal, kommentiert sehr gerne und wir sehen uns demnächst.